Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft, Leute. Und zwar spielen wir dieses Mal auf dem Hypixel-Server Bad Wars. So, ich bin schon drin jetzt auf dem Server. 4 vs. 4, nee. Ja, 3 vs. 3 vs. 3 vs. 3. Ja, das ist gut. Gut. Ja, ich meine da. Ach so. Muss ich da vielleicht. Ach hier jetzt. Bad Wars. Ja, das. 3 vs. 3 vs. 3 vs. 3. Ja, wir sind in der Lobby. Gut. Okay. Ich weiß nicht, warum wir so aussehen, weil ich konnte mich irgendwie nicht anmelden. Aber ist halt jetzt so. Ist auch egal. Und es geht los. Es geht los. Ich habe ein Schwert. Okay. Wo kann man es sammeln? Ich habe das auf dem Hypixel-Server noch nicht auf... Ah, hier. Natürlich. So. Ich sammle hier ein bisschen was. Der Shop. Ah, ja. Hallo. Hallo. Ich möchte gerne... Jetzt. Okay. Ich brauche... Schwert. 10 Iron. Ja, okay. Dann brauche ich ein paar Blöcke. Mehr brauche ich nicht. Mache ich hier hin. Äh, welches Team bin ich? Welches Team bin ich? Okay, Rot. Gut. Ich dachte schon, dass... Aber sonst hätte mir der mich ja angegriffen. Und das hat er auch nicht. So. So. Nein, ich kippe. Ich falle sonst runter. Ich möchte mich runterführen. Okay. Ich baue mal am Bett ein bisschen weiter. Ah, der tauscht die Sachen auch noch ein bisschen aus. So. Hier ein bisschen. Komm. Komm. Jawohl. Wir bauen ein bisschen. Hier erstmal am Bett rum. Okay. Ich bin jetzt mal so ein bisschen ausgerüstet. Schau mal. Okay. Hier ist auch ein H für Hypixel. Falls ihr auch mal irgendwie wollt, dass ich auf einem anderen Server spiele, dann schreibt gerne in die Kommentare. Server Adresse. Dann kann ich das gerne mal spielen. Oh, Diamonds. Ja, Diamonds. Ich muss zurück. Die packe ich in die Kiste. Wenn ich jetzt sterbe, dann ist das weg. Dann sind die Diamonds komplett weg. Und die sind wertvoll. Ich würde sagen, ich mache direkt ein Upgrade. Wo sind die? Ach so. Ein Team Upgrade für drei. acht, vier, fünf, zwei Diamonds. Jawohl. Das muss auf dem zweiten, das muss auf dem Ding. Und jetzt, ach ja, jetzt ist auf dem dritten sind meine Blöcke und auf dem zweiten mein Spitzvergrund auf dem ersten mein Spitzvergrund. Wow. Huh. Okay. Äh, das schaffe ich nicht. Ich frage mich, wie ich sie jemals wegschaffen soll. Okay, ich befürchte, ich werde gezwungen. Okay, nee. Der eine hat das hingebaut, das man konnte doch rüber. Okay. Nur noch ein paar Sekunden. Das ist ein Gelber. Das ist ein Gelber. Da ist ein Gelber. Mist, Mist, Mist. Komm, komm. Ja, ja, ja. Okay, hab, 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 hab einen Emerald. Bam. Bam. Okay, ich bleib da. Ja, komm halt. Komm halt. Ey, der hat mich abgebaut. Der hat meinen Block abgebaut. Nein, der hat meinen Block abgebaut. Mann. Der hat einfach meinen Block abgebaut. Okay. So, direkt das Teil. Hier, bisschen Ding. Drei Gold. Ein paar Blöcke. Mehr braucht man doch auch nicht. Bloß die Blöcke müssen hier und das da. So. Moment. Ja, so ist doch gut. Und jetzt gehe ich mal hier rum. Bam. Okay. Ich baue das mal direkt wieder ab hinter mir. Das war ja auch so schon vorher. Okay. 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 Bisschen Schaden kassiert, aber ist nicht so schlimm. Ach, das war von den Blauen. Die Blauen sind aber schon weg. Also nützt es nicht mehr zu gehen, außer wir bleiben jetzt bei denen in der Basis. Kann man in die Basis von denen. Kann man ja auch gut rein. Ey, das sind die von gerade. Mann, das sind die von gerade. Okay, die Grünen werden schwer zu holen und die Gelben habe ich bisher eigentlich, ehrlich gesagt, noch nicht gesehen. Äh ja, danke. Nehme ich natürlich immer gern. Also, danke. Also, ich hole mir jetzt das gleiche, wie immer. Bam. Bam. Okay. Jawohl, hab's. Wow. Neh, noch ein paar Blöcke. Ich habe die Blöcke vergessen. So. Bam. Bam. Hier, okay, jetzt. So, ich sollte mal wieder hier rüber gehen. Bam. Ey, ich hasse das. Ich werde dauernd gekillt. Okay. Das kriegen die zurück. So, Leute. Okay. Ich sammle hier jetzt. Okay. Bam. Bam. Ein paar Blöcke. Ich bin bereit. Gelb ist noch da. Bloß ist die... Die sind die ganze Zeit in ihrer Base, habe ich gerade gesehen. Da hinten, die chillen nur in ihrer Base drum. Deswegen werde ich mich jetzt mal nach da hinten bauen, dass die auch mal irgendwas machen müssen, wenn ich die ganze Zeit nur in ihrer Base sah. Oh, genau das wollte ich vermeiden. Ich hasse es. Ich kann nicht richtig bauen. Gescheit. Irgendwie. Ich verstehe nicht, warum. Also. Och, und dann habe ich... Nein. Jetzt, Klaus, du mir alles weg. Und ich habe herausgefunden, wir haben auch ein Schild. Bloß es nützt mir irgendwie nichts. Also brauche ich es gar nicht benutzen. Und jetzt gehe ich einfach los. Wir müssen die gelben bekommen. Die gelben sind im Moment die wichtigen. Bloß immer, wenn ich zu den gelben rüber will, sind da die grünen im Weg. Das ist das Problem und die grünen sind noch zu stark. Ich muss gelb zerstören. Das gelbe Bett. Da gehen auch manche schon manchmal durch. Bloß ich habe bisher nur die gelben in ihrer Base gesehen. Die sind halt eher die vorsichtigen Typen. Ja, die chillen alle in ihrer Base. Okay. Die chillen dann in ihrer Base rum. Okay. Ist ja okay. Okay. Dann. Krivat. Hilfe weg 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 ich will euch doch nichts tun ihr doofen grün das problem ist immer wenn ich zu den geben will seht ihr dann halt mich die grünen auf okay die runde kann ewig dauern aber ich würde erstmal sagen das war's mit der folge wenn es euch gefallen hat lasst gerne ab und like da bis zum nächsten mal haut rein ciao